Diesen Hund hier kann nichts aufhalten. Im Wasser fühlt er sich aber noch wohler als an Land. Schwimmen, spielen, planschen. Wasserratte Nerone liebt das Wasser. Mit seinen zwei Vorderbeinen paddelt er sich voran. Für Laura Knobloch ist er der weltbeste Schwimmer, trotz gelähmter Hinterbeine. Nerone und Laura machen alles zusammen und haben sich einfach gefunden. Ich glaube, es war so ein bisschen Schicksal, weil er zu einer Zeit kam, in der es mir auch nicht gut ging. Ich hatte auch schon eine schlimme Wirbelsäulen-OP und mir haben die Reflexe im Bein gefehlt. Ich konnte mich in diesen gelähmten Hund so gut reinfühlen. Für mich ist er meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe. Als Welpe wurde Nerone von einem Auto angefahren. Seitdem ist er vom Rücken an gelähmt. Das stört den wilden Racker aber überhaupt nicht. Er kennt es nur so und für Laura ist er ein ganz normaler Hund. Unser Alltag unterscheidet sich nicht viel von dem Alltag normaler Hundemenschen. Wir stehen auf, wir gehen ganz normal Gassi. Auch wenn man es nicht denkt, aber auch er fordert seine Gassi-Runden ein und möchte wie jeder Hund ausgelastet werden. Sei es durch Intelligenz-Spiele, durch spannende Gassi-Runden oder Tricks üben. Das Schwimmen ist Teil seiner Physiotherapie. Auch wegen ihm macht Laura eine Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin. Dazu gehört auch die richtige Ernährung. Heute gibt es püriertes Hühnchen mit Süßkartoffeln. Er bekommt verschiedene Zusätze dazu. Und dann bekommt er hier noch so eine kleine Bärenmischung übers Futter. Da ist unter anderem Cranberry drin, was gut für die Blase ist für ihn. Gerade bei gelehnten Hunden muss man immer die Blase so ein bisschen im Auge behalten, weil die gerne zu Blasenentzündungen neigen. Und Cranberry unterstützt die Blase da gut. Deshalb trägt er im Haus auch eine Windel. Bei uns gibt es beim Essen keine Regeln. Er darf direkt ans Essen ran. Ich hebe ihm dann immer seinen Popo ein bisschen, dass er in einer ziemlich neutralen Stellung sein Futter aufnehmen kann. Hallo. 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 Ja, super. Nerone ist ein kleines Energiebündel. Er will spielen, lernen und von Mama Laura auch ein bisschen angeben. Und aus dem Sitz ein Tank. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Machst du das. Schlapp machen ist nicht. Nerone ist stark. Nur auf den Vorderbeinen rockt er sich durch sein Zuhause. Langsam. Super gemacht. Klasse. So viel Bewegung ist auf Dauer anstrengend. Laura knetet ihre zweibeinige Fellnase regelmäßig gut durch. Also er hat relativ viele Verspannungen, gerade hier vorne im Schulterbereich. Dadurch, dass er hier die ganze Last trägt. Und es ist total wichtig, dass ihm die auch gelöst werden. Ja, ich weiß, ich weiß. Schonen möchte sich Nerone selten. Er will raus. Gassi gehen. Für ihn der Höhepunkt des Tages. Das ist praktisch einfach ein ganz normales Gestell mit Rädern. Und hier ist ein Einsatz, wo er praktisch mit der Hüfte auffliegt, der ihn dann da stützt. Weil es heute sehr kalt ist, kriegt er noch einen Mantel an. Dick eingepackt geht's auf seinem speziell angefertigten Rolli auf die Piste. Was ich beim Gassi gehen immer wieder merke, dass wir wirklich eine besondere Bindung haben, dass er sich nie weit von mir entfernt. Er schaut immer nach mir. Und wir gehen zum Beispiel auch immer ohne Leine spazieren. Ein unzertrennliches Band zwischen den beiden. Ich kann mir ein Leben ohne ihn und unser kleines Chaos auch gar nicht mehr vorstellen. Ziemlich beste Freunde eben.